Was für ein wunderschönes Auto. Ja, wir stehen vor einem Subaru Modelljahr 2021 oder soll ich schon fast sagen 2022. Ne, es ist noch ein 21er. Absolut ein 21er, ja. Michael Sauer, grüß dich. Hallo Sven. Du bist Kfz-Meister und du sagst, das ist ein Wunderwerk der Technik. Wunderwerk der Technik, der Sicherheit und auch optisch hat er richtig was zu bieten. Es ist gar nicht mehr so altbacken. Also du hast gar nicht mehr das Gefühl, als geht es die nächste Fahrt. Naja, ich sag lieber nicht. Ne, zum Friedhof. Ne, Quatsch. Ne, das ist wirklich schönes Sondermodell, das Subaru jetzt aufgelegt hat vom Forester. Hat jede Menge orangene Applikationen, hat schwarzen Kühlergrill, die schwarz abgesetzten Scheinwerfer und auch im Innenraum hat sich da einiges getan gegenüber dem Serienmodell. Ist das ein Mild-Hybrid? Ich zeige es mal gerade. Stimmt das? Ja, ein Mild-Hybrid. So und das Ganze äußert sich denn dadurch, dass das Fahrzeug kombiniert 6,4 Liter hat. Es ist ein Benziner. Benziner, zwei Liter Hubraum, 150 PS und zusätzlich kommt noch der Mild-Hybrid Elektromotor dazu, der nochmal 66 Judenmeter bringt und 16,5 PS. Es ist relativ leicht in der Klasse, wenn man bedenkt, dass es ein echter Allradantrieb ist. Ja, 1,75 Tonnen ungefähr wiegt das Fahrzeug, wie es hier steht. Es ist vollgespickt mit, ich sag mal, Systemen, die die Fahrsicherheit ergänzen. Trotzdem ist es immer noch eines der beliebtesten Fahrzeuge für professionelle Leute, die ins Gelände müssen. Ja, die, die ins Gelände müssen wollen und auch die, die gerne noch einen schweren Hänger ziehen wollen, weil in dem zum Thema Mild-Hybrid oder Plug-in-Hybrid sind, je mehr Plug-in, umso geringer sind die Anhängelasten inzwischen. Und hier hat Subaru immer noch einen tollen Wert mit 1870 Kilo bei 8 Prozent Steigung und es gibt sogar eine Auflastung auf zwei Tonnen und 70 Kilo, wenn man genau ist, bei 12 Prozent. So, das ist auch kein Show hier. Das bedeutet, dieses Fahrzeug hatte absolute Geländegene. Wir haben das mal gezeigt. Es steht jetzt auf dem Rollenstand. Genau, wir haben jetzt hier mal nochmal, weil unsere Probefahrt soll ja besonders beginnen. Wir simulieren jetzt hier drei durchstehende Räder nachher, wenn wir wegfahren. Drei? Drei, ja, weil hier auf der linken Seite haben wir jetzt das vordere linke Rad, ist das einzige, das den Kontakt zur Straße hat. Also das da ist das einzige. Es steht witzigerweise stehen alle Räder um Boden. Ja, die stehen auf dem Boden, weil Subauer hat ja auch schöne Federwege. Dadurch kann man halt die Räder, die, sag ich mal, ausfedern müssen, jede Menge Bodenfreiheit ausgleichen. Und wir haben hier 22 Zentimeter Bodenfreiheit und diese Feder, diese sehr längeren Federwege, die ermöglichen halt auch, dass das Rad, das am Boden steht, auch einen richtigen guten Kontakt hat. So, jetzt werden einige Leute sagen, naja, das ist ja ganz einfach. Da steht ja noch ein Rad, steht ja noch auf dem Boden drauf. Der muss ja rauskommen, weil es ist ja schließlich ein Vierradantrieb. Was ist die Herausforderung? Ich glaube, es geht um viel Technik und Ausgleichsdifferenziale. Ja, das ist jede Menge Technik dahinter. Wir haben ja hier in Verbindung mit dem Automatikgetriebenen Allradantrieb, der die Kraftverteilung 60 zu 40 hat, also vorne 60 und 40. Und wenn die Räder sich durchdrehen, dann wird die Kraft halt bis zu 90 Prozent an das Rad geleitet, das noch Kontakt zur Straße hat. Also hier in dem Versuchsaufbau ist es jetzt eigentlich so, dass wir die, das vordere Rad hat eigentlich noch die beste Traktion. Man könnte das jetzt aber auch so machen, dass nur noch das hintere, rechte Rad von mir aus auf dem Boden steht. Spielt keine Rolle. Auch dann schafft er das, weil unser X-Mode dieses Subaru Allrad-System noch mal verfeinert. Und da werden die Kräfte an den Rädern reduziert, die durchdrehen. Und die Kräfte an dem Rad, das noch auf dem Boden steht, die werden halt erhöht. Und dadurch kommen wir halt aus jeder Situation raus, auch wenn nur ein Rad auf dem Boden steht. So, steig mal ein. Dann zeigen wir das mal. Du bist, wie groß bist du? 1,80 Meter? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Das ist jetzt der neue Innenraum. Das ist ja schon fast ein Frevel für alle, die, ich sag mal, die Jäger, die noch Subaru kennen. Es ist aber trotzdem noch relativ nüchtern. Es ist noch kein Audi, sag ich mal. Ne, das nicht. Aber wir haben hochwertige Materialien, die verarbeitet sind. Also kein Hartplastik, es ist alles hier weich. Wir haben ein schönes Lederlenkrad, wir haben orange Kontrastnäte. Entertainment mittlerweile. Ja, Rückfahrkamera, Navigation. Wir haben eigentlich drei Bildschirme, wenn man so will. Den einen vom Radio und Navigation, oben der Info-Display. Das sagen wir gleich nochmal genau. Und hier in der Mitte gibt es auch noch ein kleines für den Fahrer. Und ein Head-Up-Display. Ja, das ist kein Head-Up-Display, das ist nur nochmal so ein Piktogramm, das dann, wenn man den Urhalteassistent, sag ich mal, in Funktion bringt, dann zeigt er mir hier vorne nochmal optisch an. Aber das kann man nachher beim Fahren mal uns anschauen. Genau, wir zeigen das mal. Jetzt ist es so, ich muss nicht studiert haben. Also ich kenne ja einige Autos, da gibt es so viele Sperren und Tasten, die du irgendwie betätigen musst. Wie funktioniert es hier? Also hier ist es wirklich so, wir haben hier den X-Mode. Der hat eine Snow-Dirt-Funktion, das ist für Matsch und Schnee und dann noch Sand. Und das war es. Und in der Mitte ist der normale Normal-Modus für das Allrad-System. Also ich muss keine manuellen Sperren irgendwie bedienen oder irgendwas einschalten, nein? Nein, ich kann das sogar während der Fahrt machen. Also bis 40 kmh ist gar kein Problem, kann man jederzeit einschalten. Hier ist auch die Bergabfahrhilfe integriert, die sogar rückwärts funktioniert. Zeige ich dir nachher auch noch. So, dann machen wir an. Die Bergabfahrhilfe, die auch rückwärts funktioniert. So, mal kurz hier vorne hin. Ein E-Boxer. Und jetzt beginnt die Herausforderung, oder? Ja, das ist jetzt eigentlich richtig. Wenn du jetzt mal auf die rechte Seite gehst, dann siehst du auch, dass die Räder... Warte mal kurz. Ich geh mal kurz dahin. Ach, die Räder drehen schon. Krass. Warte, warte, warte. Mach nochmal runter. Sie drehen durch. Ja, ja. Das soll ja so sein, ne? Und jetzt ist der Normal-Modus. Und jetzt mach ich den X-Mode rein. Jetzt geht der X-Mode rein. Und er fährt einfach raus. Unglaublich. Genau. Wenn du mal so lieb bist, noch mal rein fährst. Ist drin. So, und nochmal durchdrehen lassen. Das ist das, was die meisten kennen. Es dreht jetzt auf allen Rädern durch. Bitte noch nicht jetzt nach vorne fahren. So. Er dreht aber hier auf der Seite auch sogar durch, wenn du ein bisschen mehr Gas gibst. Das X-Mode ist draußen. Alles raus. Also es sind jetzt alle Hilfen abgeschaltet. Das heißt, jetzt ist ein klassischer Allrad, der aber jetzt nicht weiterkommt. Ja. Wir haben jetzt einfach zu viele durchdrehende Räder. Und die Kraft kann nicht übertragen werden. Okay. Trotz dieser, sag ich mal, vorhergestellten Kraftübertragungsrate. Ja. Wenn ich jetzt den X-Mode einschalte. Jetzt kommt die Verfeinerung. So, jetzt kommt die Verfeinerung. Jetzt stellt das System fest. So, nochmal bitte. Jetzt stellt das System halt fest. Die durchdrehenden Räder sind da. Dann nehme ich die Kraft weg. Und das eine Rad, das Kraft übertragen kann, das bekommt mehr zugeteilt. Und das ist der Unterschied. Ist das jetzt mechanisch oder wie funktioniert die Umschaltung? Elektronisch und im Getriebe natürlich dann auch mechanisch durch Anheben von Öldrucken und so weiter. Genau. Wird das dann gesteuert. Prima. Ich komm mal rein. Aber wenn du mal so lieb bist, vorher nochmal aussteigst und vorne mal aufmachst den Motor. Dass wir da mal reinschauen können. Dann hier ist was ganz Besonderes. Es ist ein E-Boxer. Das hat was zu tun mit den Ausgleichen. Das kann uns gleich mal der Michael erzählen. Er hat einen unglaublich ruhigen Lauf. Genau. Der Boxermotor an sich ist ja von seiner Konstruktion her schon so gebaut, dass die Massen sich gegenseitig ausgleichen. Wir haben also hier alle Komponenten, die schwer sind, wie Motor und Getriebe zum Beispiel, die sind symmetrisch zur Fahrachse angeordnet, sodass der Schwerpunkt zur Mitte des Autos wandert. Und das bringt auch diese verbesserten Fahreigenschaften. Liegt sehr tief, der Motor, gell? Ja, sehr tief, sehr niedrig eingebaut im Auto. Und dadurch haben wir halt einen niedrigen Schwerpunkt. Der wird gebaut in Japan? In Japan, ja. Ist das denn noch bezahlbar? Also ich sag mal, die Produktion in Japan ist ja recht teuer geworden in vergangener Zeit. Leidest du darunter, dass die Autos teurer werden? Natürlich leiden wir alle darunter, wobei ich glaube, dass die Produktion nicht das Problem ist, sondern eher die CO2-Abgaben, die halt die Importeure an die EU abgeben müssen, die werden halt immer teurer. Und ich weiß nicht, 100 Prozent, der hat jetzt 154 Gramm. Ich glaube, 125 ist im Moment die Grenze, die nichts kostet. Und danach kostet jedes Gramm den Importeur 92 Euro pro Fahrzeug. Jedes Gramm? Jedes Gramm mehr. Wenn man dann 30 Gramm mehr hat, haben wir schon bei so einem Auto ein paar Tausend Euro, die der Importeur an die EU zahlen muss. Wo die Reise da geht, da macht man schon ein bisschen Angst. Ja gut, aber die werden ja auch darauf reagieren. Vielleicht gibt es zunächst ein Vollhybrid oder was auch immer kommen wird. Aber die sind nicht die schnellsten Subaru, denn sie machen es richtig. Also wenn irgendwas kommt, dann hat es immer Hand und Fuß. Ja, also es wird was kommen, auch in Kombination mit dem Hersteller Toyota. Das wird uns also angekündigt für das Jahr 23 irgendwann. Aber was genau das ist, also ein vollelektrisches Auto, dann müssen wir einfach abwarten. Wir werden sehen. Wir müssen eh mit der Zeit gehen und so. Sonst geht man mit der Zeit oder wie heißt das, gell? So ist es ja. Du bist Kfz-Meister. Dich hat immer fasziniert, du machst das ja ganze Jahr schon ewig, ist die Verarbeitungsqualität von Subaru. Also jetzt ohne, ich sag mal, da Lob für Subaru auszusprechen, selbst der XV als günstiges Einstiegsmodell ist ordentlich verarbeitet. So ist es ja. Und man muss einfach wirklich sich die Autos auch anschauen. Nicht einfach nur im Prospekt abwägen, das gefällt mir oder nicht. Sondern man muss sich ins Auto reinsetzen, muss es anfassen, riechen, fühlen, wie man so schön sagt. Und dann erkennt man erst, dass hier wirklich hoher Qualitätsstandard herrscht. So, die Reling ist das Spielzeug? Ne, die hat schon eine Dachlaste von 100 Kilo. 100 Kilo? 100 Kilo und man kann da schon was aufladen. So, Rampenwinkel, ganz wichtiges Thema. Bodenfreiheit und so weiter. Ist ein echter Geländewagen? Ja, ist ein Geländewagen, also ein SUV mit Geländefahreigenschaften. Und die Rampenwinkel, kann ich Ihnen erklären, mal kurz zeigen. Hier haben wir ja so einen kleinen Berg, da sieht man schon mal, was da geht. So, wenn man einfach mal davor steht, sagt man, das geht nicht. Das geht aber ganz locker. So, zeig mal. Wenn du schon dabei bist, hinten vorne machen wir später auf. Bisschen Probefahrt wollen wir nochmal zeigen. Der E-Boxer. Das Modell heißt? Sport 40. Genau, das ist dieses Sondermodell Sport 40. Für 40 Jahre Subaru in Deutschland. Dafür wurde das Sondermodell aufgelegt. Ihr feiert ja zufälligerweise gleich Geburtstag. Du bist auch gerade erst 40 geworden. Genau. Ja, es ist kaum 18 Jahre her. So, er hat mir da vorne freigeräumt. Hier haben wir so eine typische Ecke, die wir schon missbraucht haben. Wir sind nämlich hier mitten an einem Felsen. Und der Michael meinte schon, selbst das, was er jetzt zeigt, ist schon für viele Fahrzeuge ein Problem. Jetzt kommt das Thema Rampenwinkel halt vorne. Komme ich jetzt da hoch, ohne dass das Auto aufsetzt? Warte mal kurz. Zeig mal. Geht. Krass. Jetzt kommt der Moment. X-Mode. Einfach hochgefahren. Also das, was du jetzt gezeigt hast, ist schon für viele aus. Ja, selbst wenn ich das ohne X-Mode wiederhole, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Wir können es ja mal grad probieren. Ja. Aber... Ohne X-Mode probiert das nochmal. Da ist schon eine Furche. Das war's. Feierabend. So. Das heißt, selbst das ausgeglückte Subaru Allrad-System ohne X-Mode schafft das nicht. Und das X-Mode ist wirklich eine tolle Konstruktion, die die Ingenieure da geleistet haben. Und die unterscheidet uns von vielen anderen Allrad-Antrieben einfach. So, mach mal. X-Mode. Ist das krass? Das heißt also, dass du mit so einem Subaru eher noch andere Fahrzeuge rausziehen kannst. Ist das schon mal passiert? Mir persönlich auch nicht. Aber Händlerkollegen, die haben, glaube ich, schon einige kuriose Dinge angerichtet. LKWs auf Glatteis berghoch ziehen und so. Das gibt's schon, ja. Genau. Ich steig nochmal kurz aus. Wir zeigen mal gerade den Kofferraum, denn das ist ein richtiges Familienauto. Hat unglaublich viel Kopffreiheit hinten. Also das ist... Wenn du da mal kurz einsteckst, du hast sogar einen Taxifahrer, der fährt ein. Ja, genau. Der hat das Vorgängermodell zwar, aber der ist ja von den Abmaßen her ähnlich. Und der ist total begeistert. Hat jetzt 130.000, glaube ich. Ist vier Jahre alt. Genau. Ich steig mal gerade ein, weil hinten hast du das Gefühl, du bist... In einer ganz großen Halle, denn... Das sieht man. Trotz Schiebedach, Kopffreiheit, ne. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, diese Rückenlehne zu verstellen. Hier mit der Schlaufe kann man so... So einen Schlafmodus, oder? Genau, so einen Schlafmodus, ja. Gibt's auch. So, und dann kann ich mir hin und nach die Armlehne runter und dann mache ich mir ein Schläfchen. Ja, es ist früher Morgen nicht, dass du mir jetzt hier einschläfst. Ich zeig mal gerade die Armlehne. Das ist für den, ich sag mal, für das Geschwisterchen, was ich denn nicht so mag. Du hast USB jeweils mit drin? Genau, USB-Anschlüsse haben wir hier. Sitzheizung hinten fehlt jetzt in dem Modell. Das ist halt dem Sondermodell jetzt geschuldet. Die anderen Modelle haben hinten auch, da gibt's auch mit Sitzheizung hinten. Da fährt dann das schöne große Panoramaschiebedach. Und das bringt auch schöne Licht ins Innere und ja, rundet eigentlich das Sondermodell nochmal ab. Sehr schön, ich zeig's mal gerade. Also das Ganze... Ja, sag's. Wenn du hier jetzt aussteigst, ob jetzt hinten oder vorne, dadurch, dass diese Schweller in die Türen integriert sind, bleibt hier alles sauber. Und das gibt halt auch genügend SUVs, bei denen das nicht der Fall ist. Guck mal hier. Da ist ein riesen Abstand eigentlich hier zwischen Außenfläche, die dreckig wird, und hier innen, wo ich dann halt aussteige und mit der Hose hängen bleiben kann. Die haben wirklich an alles gedacht. Das heißt, Thema heißt aber auch Geräusch. Das heißt, du hast ja eine riesen Dämmung jetzt drin. Abstand, er ist sehr leise. Das werden wir gleich mal sehen. Also auch Subaru 130 auf der Autobahn, du fühlst dich immer sicher. Ja, also sicheres Fahrgefühl haben wir sowieso in jedem Subaru. Aber auch die Geräuschkulissen, die sind angenehm, Abdichtung ist gut gelöst. Und Kofferraum hat jede Menge Platz. Elektrische Öffnung? Ja. Das Rollo kann man mit einem Handkoffer auch rausnehmen. So Stützlast, kleines Detail, 80 Kilo hast du hier. Das heißt, du kannst also auch ordentlich E-Bikes draufpacken, hinten auf die Kupplung. Das Auto hat auch ein Anhängerstabilisierungsprogramm. Sondern den müssen wir auch über einen X-Mode geregelt. Das heißt, durch gezielte Bremseingriffe wird das Gespann stabilisiert. Und das ist auch bei diesem Auto alles CN-mäßig. Ist übrigens auch eine Anhängerkupplung verbaut. Sag mal. Sieht man gar nicht. Ja, die muss man halt ranstecken. Ist das schwer? Nö, ich konnte es dir ja auch weiter zeigen. Aber super, das arbeite ich jetzt auch an einer ausschwenkbaren. Das hätte man auch schon mal gern gehabt. Ja gut, das geht aber schnell, oder? Einfach hier runter. Zack, und da ist sie dran. Hier klappe ich mir die Steckdose runter. Und dann bin ich bereit. Ja, mit dem Ring für Holland, der mit dabei ist. Jetzt hast du auch nur ganz dezent nur ein Auspuffrohr. Das ist ja kein Sporthirsch, oder? Genau, also hier diese Auspuchtung ist zwar so angedeutet, ist aber leider den Motorisierungen für Amerika vorbehalten, dem XT-Turbo halt. Den gibt es halt dort mit 240 PS. Das wäre natürlich was für uns. Aber auch hier CO2-Thema wird es bei uns leider nicht geben. Der hat jetzt wie viel Power? Der hat jetzt 150 PS, zwei Liter. Und Newtonmeter, was kann der? 194 Newtonmeter plus die 66 Newtonmeter vom Elektromotor. Dazu muss man auch sagen, das Getriebe, das verteilt ja automatisch. Das heißt also die Kraft, die kann teilweise dann bis auf ein Rad dann punktuell dann abgegeben werden. Deswegen sind die Newtonmeter-Angaben nur so relativ, oder? Genau. Außerdem haben wir ja ein stufenloses Getriebe, was durch die Spreizung halt auch eine variable Übersetzung, sag ich mal, anbietet. Und so dass man auch in der Fahrsituation Steilerbergs, wie es eben simuliert war, oder Hängerbetrieb, halt mal recht kurze Übersetzungen anbieten kann. So, es gibt ja keinen Siebensitzer, oder? Nee. Nur fünf Sitze. Gut, was heißt nur fünf? Passt doch, ja. So, wenn du die nochmal kurz hinten abnimmst, die Kupplung. Nicht, dass wir gleich den Schlüssel auf der Straße verlieren. Hat funktioniert. So, der hat sogar Rundum-Kamera, also Sicht von oben. Nee, Sicht von oben gibt es bei uns nicht. Nee. Wir haben eine Heckkamera und wir haben eine Seitenkamera im Spiegel. Ja. Und, ähm... Ach so, die Seitenkamera im Spiegel ist für Offroad-Gelände. Kannst du zuschalten. Auch, ja genau. Da kann man sehen, ob es seitlich halt noch Platz ist, oder halt... Ich zeig mal grad hinten das Heck, weil das ist echt schön geworden. Ja. Ja, also auch hier diese... Klar, jetzt das Auto in Weiß, dann sticht das Schwarze schön raus. Und die, ähm, Orangen-Applikationen ziehen sich halt ums Auto rum. Schon stimmig. Auch die schwarzen Felgen passen schön dazu. Ist es... Ist gar nicht mehr so das Rentner-Auto, oder? Nee. Also der nicht. Wenn jetzt hier mal rumschwenke ich, hier steht der normale. Das... Gut, das war auch noch kein Rentner-Auto, muss man sagen. Das ist das gleiche Modell. Das aktuelle Modell. Nur als, ähm... Normal-Version. Nicht als Sondermodell. Und das sehe ich ja schon, das ist hier mit Silber und Schwarz abgesetzt und silberpolierte Felgen. Das sieht dann schon ein bisschen, sag ich mal, konservativer aus. Aber es spricht dann halt auch alle Kunden an. Hier wollen wir eigentlich ein paar Jüngere mal ansprechen, die das... So jung wie mich. Ja, genau. Die Junggebliebenen, ne? Okay, klasse. Ja, man muss ja auch ein bisschen Geld mitbringen. Preis von dem? Also der kostet Liste 41 und wir binden die im Moment an für 37. 37. Dabei ist der Allradantrieb, dabei ist der Elektromotor. Ich habe aber nicht... Als Dienstwagen habe ich noch die 1% hier, oder? Ja. Die staatliche Förderung ist leider den Plugins überlassen worden, ja. Da bleibt die 1%. Wobei unsere Kunden sind überwiegend Privatleute. Da spielt die 1%-Regelung keine so große Rolle. Fünf Jahre Garantie natürlich bis 160.000 Kilometer. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Ist das eine Werksgarantie? Ja, das ist eine echte Werksgarantie, die dann optional auch noch nach den fünf Jahren um drei weitere verlängert werden kann. Das heißt aber auch der Hersteller, der muss dem Produkt vertrauen? Absolut. Der weiß, was er baut und ich kann es jetzt auch aus 28 Jahren Subaru-Erfahrung sagen, es kommt wirklich sehr, sehr wenig an die Autos dran. Alles, was normale Wartungssachen sind, die muss man halt machen. Gibt es übrigens auch jetzt seit 1.4. eine Flatrate im Angebot. Da kann man also bis zu fünf Jahren 90.000 Kilometer eine Flatrate buchen. Service, oder? Ja, Service. Da gibt es auch noch Premium-Flatrate, da sind Reifen drin, TÜV-Gebühren, alles. Aber das muss man dann halt im Einzelfall ausarbeiten. Sehr schön. Ja, ihr habt viele Öffentlich-Rechtliche, die die Fahrzeuge benutzen. Zum Beispiel, ich sag mal Leute, die in den Wald müssen beruflich. Ja, es gibt so Stromnetzanbieter, die ihre Trassen kontrollieren, die fahren die Autos gern. Von denen haben wir einen in Kundschaft, der hat fünf Autos von uns und der ist auch wirklich einer derer Referenzkunden, die man wirklich mal fragen kann, wie die Autos im Gelände gehen, bei allen Bedingungen, ob es nass ist oder trocken oder Schnee ist. Ja, da gibt es auch Notfälle, da müssen die mal schnell hin. Ja, die ziehen auch schon mal einen Kamerad Skoda raus, der dann vom Kollegen stecken geblieben ist. Und so, das hatte ich auch schon erlebt. Ja, gut, okay. Dafür ist vielleicht der Skoda nicht gebaut gewesen. Also sagen wir mal so, das ist ja... Ja, aber da sind halt die Unterschiede. Ich bin sicher, wenn man den Test hier am Berg mal macht mit den anderen Mitbewerbern, die haben da schon Spaß damit. So, komm, wir steigen mal ein. Licht ist Full-LED? Ja, Full-LED. Kurvenlicht auch integriert. Nur das Blinkerbencher ist, glaube ich, noch nah. Was? Ja, das gibt es halt noch. Aber die Nebelscheinwerfer sind auch LED inzwischen. Sehr schön. Komm. Ist kalt. Wir drehen heute. Guck mal auf die Uhr. Heute am 8. April 2021. Der Schlüssel ist natürlich nicht mehr vorhanden. Kieles. Kieles. Ich mach mal zu. Einmal anschnallen. So, das ist jetzt die Rückfahrkamera. Man sieht sogar mehrere Bildschirme auf einmal. Einmal hier oben siehst du die Seite. Das ist der Seitenbildschirm, den ich eben angesprochen habe. Der sitzt im rechten Außenspiegel. Und man sieht auch oben symbolisch, welchen Bereich der jetzt ausleuchtet sozusagen. Und hier ist die klassische Rückfahrkamera, die halt auch mit so orangenen Linien anzeigt, wo man rauskommt, wenn man den Lenkeinschlag halt entsprechend betreibt. Sehr schön. So. Du, du hörst fast gar nichts. Das ist schon frech. Es ist gebläse. Es ist gebläse. Es ist kein Elektroauto jetzt im Moment oder der fährt jetzt rein elektrisch? Ne, im Moment fahren wir mit dem Verbrenner. Das sieht man jetzt hier oben schön. Der Verbrenner ist orange abgebildet. Und rechts dieses blaue Feld, das ist der aktuelle Ladezustand der Batterie. Der ist relativ niedrig. Aber das geht jetzt beim Fahren relativ flott. Auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr beschleunige, dann kommt halt auch der Elektromotor dazu und unterstützt. Jetzt haben wir Ladevorgang im Schiebebetrieb. Und ja, ab nach gewissen Motortemperatur und gewissen Parametern fährt der dann auch im Schiebebetrieb elektrisch bis zu anderthalb Kilometer und 40 kmh schnell. So, du hast ja was ausgeguckt, wo wir hinfahren können? Ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen Stück auf die Autobahn. Jetzt zeige ich mir nochmal die Assistenten. Haben wir auch ein Stück im Gelände? Ja, ein kleines Stück haben wir noch im Gelände. Jetzt ist er gerade in den E-Betrieb umgesprungen. Siehst du, hier steht jetzt, jetzt ist er aus, alles aus. Wir stehen ja. E-V-Betrieb. Drehzahlmesser auf Null. Das heißt, so Start-Stop jetzt. Wenn ich jetzt losrolle, dann sieht man hier, jetzt gibt er elektrisch die Kraft. Es geht ja um die Hauptenergie. Guck mal, da vorne ist ein T3. Ja. Ich habe auch noch einen. Du, weißt du, das letzte Mal bei unserem Video, da war auch ein T3 für uns. Weißt du, das ist noch roter? Ich liebe T3. Etwas andere Technik? Vorwärts fahren brennt Rückfahrscheinwerfer. Ach so, ja gut. Ist ja nicht so schlimm, oder? Und tief ist er auch fällig. Na ja, gut. Sieht man das direkt? Ja, das sieht man direkt am blauen Stempel. Der war aus 12, 20 war der fällig. Na herrlich. Jetzt kann ich das Kennzeichen noch pixeln. Dankeschön. Ah! Entschuldigung. Totwinkelassistent. Ja. Wo? Ach so. Gelb. Warnt mich. Da kommt einer. Aber richtig schön hell. Ja. Und dann gibt es noch den, inzwischen haben wir sogar noch einen Kollisionswarner, wenn jetzt zum Beispiel von hinten einer sich nähert, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu weit links und dann verhindert der auch durch einen gezielten Lenkeingriff, dass ich jetzt die Fahrspur-Wechsler. Ich habe gesehen, es gibt bei einem amerikanischen Elektro-Auto-Hersteller, ich will keinen Namen nennen, mit fünf Buchstaben, der hatte so ein praktisch Assistenzsystem, der stand und da kam einer von hinten ganz schnell, da ist er nach vorne gefahren, weil er Platz hatte. Ah, das schafft er noch nicht. Also das ist natürlich noch die Steigerung, aber jetzt haben wir hier unseren adaptiven Tempomat mal eingeschaltet. Hier ist es symbolisch mal dargestellt. Er hat jetzt den Vordermann erfasst. Ich habe hier eine Maximalgeschwindigkeit von 80 eingestellt, hier unten. Das mache ich über diesen kleinen Schalter hier. Und wir fahren aber nur 68. Ach, ich zeig mal gerade. Also der hat einen Radar drin? Und Mist? Nein, nein, kein Radar. Das sind unsere Kameras hier vorne, diese Eyesight Stereo Kameras, die dreidimensional das Bild hier vor uns erfassen und entsprechend den Tempomat bedienen. Jetzt kommt hier einer vor uns. Jetzt wird er auch gleich den als Bezugslinie erkennen und dann fahren wir hinter dem her. Das Problem bei mir ist, ich habe einen neuen Iveco Lkw mit Radar. Das Radar fällt die ganze Zeit aus, weil im Winter immer die Salzkruste vorne auf dem Radarsensor war. Das heißt, ich musste aussteigen, wieder abwischen. Es ging dann am Schluss relativ gut. Jetzt im Sommer hast du kein Problem. Aber hier durch den Scheibenwischer wird ja die Eyesight Kamera dieses Mal gereinigt, oder? Ja, die Kameras sitzen ja innen. Die werden also überhaupt gar nicht mit der äußeren... Nein, ich meinst du außen die Scheibe? Die Scheibe, ja klar. Da geht der Wischer drüber. Natürlich, wenn die stark verschmutzt ist und du hast mal wirklich Schneeregen oder Platzregen oder so, dann muss man sich so vorstellen, dann sieht die Kamera auch nur so gut, wie wenn deine Brille beschlagen ist. Und dann steigt das System auch irgendwann aus. Und sagt es geht nicht mehr. Sagt es aber auch. Der Spurhalteassistent ist jetzt auch aktiv ab 60. Automatisch? Automatisch, sobald er Bezugslinie hat. Und jetzt fahren wir natürlich wieder ein bisschen langsamer, jetzt ist er wieder weg. Aber das funktioniert prima auch mit einem ganz zarten Lenkeingriff. Und da muss man wirklich sagen, das Eyesight System ist inzwischen auf dem Stand, das schon richtig toll ist. Aber ich kündig dir jetzt schon an, der neue Outback, der kommt jetzt im Mai, der wird es noch besser haben. Und dann machen wir ein neues Video und dann nächste Stufe. Ich habe gedacht, du willst ihn hier noch verkaufen. Natürlich, das ist ja ein Forester, das ist ja ein völlig anderes Modell. Ach so, das ist ein Forester. Aktueller Forester, hat ja auch Müdigkeitserkennung. Im Forester ist hier schon serienmäßig drin. Ja, die ist schon dreimal angeschlagen bei dir. Genau. Weil ich ein müder Typ ist. Mal gucken, hier unten rein. Also das mit dem Display hier oben, das gefällt mir schon gut. Hier unten, da hat sich viel verändert. Display ganz hochauflösend. Jetzt DAB Plus serienmäßig natürlich. Ja, alles serienmäßig drin. Wir haben also hier auch die Möglichkeit der Apps. Apple CarPlay, Android Auto, alles am Start. War ja auch nicht vorher so. Also das haben viele nachgefragt. Ja, seit ein, zwei, drei Jahren haben wir das schon drin. Und wird aber auch immer wieder verbessert. Also auch Radioempfang etc. wird alles wieder besser. Der war mal schlecht? Ja, ne. Wenn man kein DAB hat, dann kann man keins nutzen. Stimmt. Das heißt, die Antennen werden angepasst. Hier hast du riesige Becherhalter mit allem drum und dran. Es ist ja so, ihr kommt ja bei Subaru aus dem Allradbereich. Das ist ja eure Stärke. Also, dass ihr mal einen Sportwagen ohne Allrad macht, das ist mal eine Ausnahme. Aber üblicherweise ist euer USP, die Dinger kommen überall durch. Genau, so ist es. Und man hat einfach mehr Sicherheit beim Fahren. Wenn man sich sicher fühlt, fährt man entspannter. So will ich es mal überschreiben. Und da Subaru ja aus dem Flugzeugbau kommt, haben die ja irgendwann den Menschen in den Mittelpunkt gesetzt und sagen, der Mensch ist das Wichtigste und der muss auch geschützt werden. Und dadurch werden halt sämtliche sicherheitsrelevanten Einrichtungen weiter verbessert, permanent verbessert oder ergänzend erweitert, damit es irgendwann vielleicht mal keine Unfälle mehr gibt. Das ist so das Ziel. Ihr habt wenig schwere Unfälle. Es liegt doch auch daran, dass der Subaru-Fahrer eher entspannter ist. Du kannst aber mit so einem hohen Auto, hast du mir erzählt, der hat fast Querbeschleunigungen wie ein Porsche sind hier möglich, weil er unglaublich tief auf der Straße liegt. Ja, durch niedrigen Schwerpunkt kriegt man bessere Fahreigenschaften einfach insgesamt. Und das in Kombination mit den guten Gewichtsverteilungen und der hochsteifen Karosserie ergibt dann halt in der Summe diese sehr gute Steifigkeit vom Fahrzeug und dieses gute Fahrverhalten einfach. So, wir fahren am 8. April durch Saarbrücken. Ich sage, ich moderiere mal schön an. Ich habe den geilsten Job der Welt. Ich muss nur spazieren fahren. Das ist hier gerade gesperrt. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja gut, wir drehen da mal rum. Dann fahren wir rund an die Saarterrassen. Da gibt es so einen kleinen Bereich, der ist noch nicht so ganz kultiviert. Und dort können wir dann noch ein bisschen durchs Gelände fahren. Ah, sehr schön. Kultivierter ist noch nicht angelegt. Genau, noch nicht. Da war der Bagger. Ja, oder der kommt da noch, ja. Okay. Aber leider ist ja, sage ich mal, die Möglichkeiten durch den Wald zu fahren, sind ja doch inzwischen leider... Dank unserer Videos haben die schon mal den einen oder anderen Stein da hingelegt. Ja, stark eingeschränkt und bin aber noch dran mit einem Kunden von mir, der eine Kiesgruppe hat, da mal noch was zu. Richtig gut ist zu machen. Wenn der Kies? Um die 11 Meter, glaube ich. Ist das gut? Ja, für die Klasse auf jeden Fall. Sagen wir nochmal, durch die Anordnung des Boxermotors können wir auch die Vorderachse anders konstruieren. Und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, den Lenkeinschlag zu beeinflussen. Allradlenkung nehme ich an. Nee, innen lenken wir nicht. Nur vorne. Nur vorne, genau. Ich habe jetzt gesehen, es gab jetzt einen neuen, jetzt einen Geländewagen, was war das? Das ist ein Hammer. Der rauskam voll, voll elektrisch. Der konnte Kriechgang machen. Also der konnte alle Räder in eine Richtung drehen, sodass er quer sich bewegen konnte. Wer das jemals braucht, wird es dann wahrscheinlich nicht finden, wenn er es braucht im Menü. Ich denke, für militärische Zwecke ist das vielleicht irgendwann in der Situation mal notwendig. Aber im normalen Verkehr, denke ich, brauchen wir das weniger. Ja, wir haben ja schon die wildesten Videos gedreht, wo wir irgendwelche Sachen hochgefahren sind. Am meisten hat die Leute fasziniert, als wir mit Sommerreifen in den Wald rein sind, weißt du noch? Ja, ja. Und dann über einfach so ein... Es war alles nass und du bist einfach reingefahren. Das Ding ist gefahren, eine Steigung hoch, egal was. Ja, das war eine Zeit, da war ich schon ziemlich mutig und hat das vorher nicht ausprobiert oder so. Ich dachte einfach, er muss das können. Und er konnte es, ja. Du hast mir mal einen XV mitgegeben. Da bin ich mal durch so eine ganz tiefe Waldfurche durch. Da habe ich dich sogar angerufen. Da habe ich gemeint, was soll ich denn jetzt machen? Weißt du, was du gesagt hast? Fahr durch, wahrscheinlich. Genau. Also diesen X-Mod rein und Gas geben, so. Genau. Und es ging. Ich bin dann aber doch rückwärts gefahren, wieder zurück. Aber ich kam wieder raus. Ja, und das ist ja die Hauptsache, dass man wieder rauskommt, dort wo man reinfährt. Aber viele unserer Kunden, die fahren ja gar nicht so extrem in den Wald oder in solche Extremsituationen rein. Die bewahren sich die Reserven. Genau. Aber trotzdem auch im normalen Fahrbetrieb ist einfach diese aktive Sicherheit durch diesen Allradantrieb eine Sache, die viele Unfälle schon im Ansatz vermeidet. Einfach dadurch, dass man einfach physikalisch die Kräfte anders verteilt. Schön. Also du fährst ja mit vielen Kunden, fährst du Probe, gell? Ja, ich fahre also grundsätzlich erstmal selbst. Also so wie wir jetzt, zeigt den Kunden alles, wie es funktioniert. Auch adaptiver Tempomat, Spurhalterassistent, Notbremsassistent. Jetzt ist dieses sogenannte Head-Up-Display auch im Einsatz. Wenn er grün ist, sind wir in der Fahrbahnmitte. Wenn ich jetzt noch zur Seite komme, dann warnt er mich natürlich gleich. Und jetzt war ich zu stark aufgefahren. Genau. Und dann greift er ein. Gut. Hier ist auch 60. Also wenn einer jetzt misst. Wir halten noch den... Ne, 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 ne. War alles gut. Hat der automatische Kennzeichenerkennung? Ne, das hat das Auto noch nicht. Also du meinst jetzt Verkehrszeichenerkennung. Genau, Verkehrszeichenerkennung, dass der... Also das kann ich schon ankündigen, der neue Outback wird das haben. Und da freue ich mich unheimlich auf dieses Auto. Der wird mit einem zweieinhalb Liter Motor kommen. Ein Sauger? Ja. Ja. Natürlich mit Partikelfilter, Direkteinspritzung. Das ist krass. Immer mehr Sauger kommen raus. Also es gibt Turbo gar nicht mehr auf der Vorderfront. Ich habe letztes Mal gedreht einen Mazda. Kommt ja aus Japan. Die bauen nur Sauger, habe ich das Gefühl. Gut, die haben ja die Sky aktiv, glaube ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Doch. Gibt es noch Diesel, Diesel ähnliche... ...Mix, ja. Ist aber auch ein guter Auto, Mazda, aber auch ganz andere Anwendungen. Ja, glaube ich. Es gibt keine schlechte Autos. Das ist ein Autothema, das ist immer Sache für Individualisten. Und unser Subaru ist ein Nischenprodukt. Und wir unterscheiden uns von allen anderen durch viele, viele Kleinigkeiten. Und das ist einfach eine feine Marke, die mir Spaß macht. Wer da halt? Sehr gut. Also wirklich, guck mal, der XV hat jetzt gerade noch mal... ...und vorher ist da auch im Restwertbewertung erste Plätze bewegt. Also ich glaube, unter den ersten drei sind die, was die Wertstabilität angeht. Mitsubishi hatte ja mal ein ganz tolles Auto, was es nicht mehr gibt. Alle heulen danach. Könnte das dem Subaru auch mal passieren, dass ihr so ein Kultauto einmal nicht mehr habt? Ja gut, ein ein Kultauto haben wir ja schon verloren, den WRX STI. Da ist ja schon der CO2-Geschichte zum Opfer gefallen. Wenn der Forrester mal weg wäre, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ganz klar. Also du meinst wahrscheinlich Bachero oder so, ne? Bachero. Habe ich kürzlich noch einen in Zahlung genommen, ne? Aus 1996. Oh, unglaublich gefragt, ja. Also du kriegst ja keine Bacheros mehr. Aber der war fertig. Der war einfach durchgerostet. Gut. Wie alt war er? 96. Aber ja, also... Ja gut, das passiert. Je nachdem, wie er darauf abgegeben hat. 20 Jahre hat noch gar nicht so viele Kilometer. Ja, aber selbst die dicken Leiterrahmen waren komplett durchgerostet. Also wenn man da Anhänger dran hängt, fällt hin das Chassis ab. Gut, das kann passieren. Aber es hängt ja auch davon ab, wie derjenige das behandelt hat, das Auto. Also du kannst ja, wenn du das vorher weißt, es gibt zum Beispiel Wachs, du kannst das Auto nochmal extra behandeln mit allem drum und dran. Das macht ihr ab und zu auch sogar? Ja, das gibt es auch schon mal. Die Autos werden natürlich, wenn sie nach Europa kommen, schon mal extra nochmal konserviert. In Rotterdam. Ja. Also ein bisschen nachbehandelt. Und wenn man Autos kauft und will das 10, 15, 20 Jahre fahren, dann konserviert man das aus eigenem Interesse schon. Ja, Preis? Was liegt das? 1.800? 800 bis 1.000 Euro, je nachdem, wie aufwendig man das betreibt. Aber den Forster gibt es ja auch schon seit 96 oder 97. 23 Jahre gibt es den auch schon. Das ist jetzt die fünfte Generation. Und ich habe immer noch welche in Kundschaft aus der ersten Generation. Also auch die Dinger fahren immer noch. Ja, und kriegen immer noch gute Preise. Das coole ist, da vorne steht auch unser Bau, gell? Der grüne, guck mal. Nee, das ist ein Mazda. Das ist ein Mazda. Echt? Ja, da ist der Kombi da, ne? Ja. Das hast du direkt erkannt, gell? 26er Mazda, ja. Cool. Also wenn, krass, das war ein 26er. Ja, gut, das ist meine Zeit gewesen. 90er Jahre, der ist auch schon relativ alt. Über 20 Jahre war der bestimmt. Ich glaube, ich war es wohl hinfahren. Das hier ist übrigens unser Sendergebäude gleich. Wir sind auf dem Weg in die Angela Braunstraße. Ja, da fahren wir durch. Und dann fahren wir hinten rechts zum Götten da. Malstadt. Malstadt, genau. So, wir sind in Saarbrücken, das liegt in Deutschland. Im Saarland. Und... Jetzt haben wir hier so die 30er-Zone. Jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt fahren wir rein elektrisch. Das sind jetzt die Momente, wo man so da rumrollt. Da kann man halt diese... Du brauchst aber nichts machen. Das macht der automatisch. Nix. Das macht der automatisch halt aus. Ich muss jetzt nur mit dem Gaspedal zart umgehen. Und dann bleibt der auch im Elektromodus, bis die Batterie leer ist in Theorie. Oder wieder eine Ansteigung kommt, bei der ich jetzt ein bisschen beschleunigen muss. Also es geht darum, dass du die Bremsenergie umwandelst in Strom, dadurch Sprit sparst? Genau. Selbst obwohl der Verbrenner aus ist, jetzt gibt nur die Batterie die Leistung ab. Das grüne ist der Elektromotor im Getriebe und der gibt jetzt die Kraft an die Räder ab. So, und wenn ich jetzt das Gas wegnehme, jetzt sind wir in Schiebebetrieb. Und jetzt, genau, jetzt lädt der Motor als Generator die Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben ja auch eine 118-Volt-Technik. Deshalb ermöglicht die das erstmal, dieses Fahren. Weil die meisten Myetilbrit haben ja nur 48 Volt. Und, wie soll ich sagen, die unterstützen den Motor, damit der nicht so viel arbeiten muss. Und hier können wir halt wirklich rein elektrisch fahren. Und das geht halt nur mit Hochwelttechnik. Der Motor sitzt im Getriebe? Dieser Elektromotor sitzt im Getriebegehäuse, ja. So, jetzt, da war übrigens hier German Television. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, gucken wir gleich mal auf der Rückfahrt. Da ist unser Headquarter. Ja. So, und wir sind jetzt in Molcht im Gewerbegebiet. Du, du hast dir vorher was ausgeguckt? Ja, ich war da gestern Abend mal hingefahren, weil ich schon länger nicht mehr hier war. Und ich hab da was in Erinnerung, da war ich mal mit dem Hund spazieren. Da kann man hier... Hat sich auch viel verändert, oder? Ja. Da kommt auch einer mit dem Hund, na. Jetzt fahren wir hier mal so ein bisschen in diese Richtung. Aha. Und wollen natürlich niemanden erschrecken. Die Kultivierung, so. Was hast du denn vor? Ah, da vorne ist ein Berg. Wir fahren da jetzt mal gleich so ähnlich wie eben, aber so jetzt einfach mal aus der Fahrt raus, dass man mal so in die Situation reinkäme, wie man damit umgehen kann. Na, und dann kann man halt... Ich fahr jetzt mal hier. Das ist jetzt noch einfach. Aber jetzt sag mal, oh Gott, ich hab mich verfahren. Was mach ich jetzt? Na, und dann fahr ich hier so los, und dann... Du bist mal grad eben über was gefahren, wo ich erst mal siebenmal geguckt hätte, ob ich nicht aufsetze. Ja, genau. Und dann kommt irgendwann, sag ich jetzt theoretisch, jetzt stellen wir uns einfach vor, ein Hase, guck mal, wie süß. Jetzt sagen wir einfach mal, hier wäre eine Schranke. Was mach ich denn jetzt? Ja. Dann sag ich, ich fahr jetzt mal hier rechts hoch. Und dann fahr ich halt hier so hoch. Quatsch. Warte, ich steig mal aus. Das geht aber nicht rückwärts, oder? Geht doch rückwärts. Warte, 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 warte. Ich steig mal aus. Jetzt ist wieder mal der Moment gekommen. So, das ist praktisch mein Bild rückwärts. Warte. Ein unkultiviertes Gelände. Warte. Er fährt mal eben hier hoch. So, und nochmal bitte. Krass, der fährt halt einfach so mal da hoch. Das ist interessant. Michael. Ja. Ich mag das immer, wenn du so, genau, wenn du grad so lieb bist, da mal runter gehst und dich einfach mal dahin stellst, dass man mal sieht, wie hoch das war. So, das ist jetzt auf der Ebene. Also, es geht schon hier hoch und vor allem durch bloße. Na, Spotter. Und das hat jetzt schon die Rampenwinkel strapaziert. Aber auch sowas geht. Was interessant war, es waren teilweise beide Räder in der Luft. Also, es waren nur zwei Räder waren drauf, diagonal. Und dann fing er schon an, hat überlegt, okay, auf welchem Rad ist welche Last zu verteilen. Genau, die Sensorik merkt ja, dass die Räder durchdrehen. Und dann wird die Kraft über eine X-Mode, wie schon erklärt, zurückgenommen an den Rädern, die durchdrehen. Und die Räder, die Kontakt zur Straße haben, die bekommen mehr Kraft. Und dann geht es weiter. So hat er gar nicht drüber nachgedacht. Krass. Ich habe mir nämlich eben schon überlegt, da ich das Gelände hier kenne, was könnte denn hier schwierig sein? Aber wenn du hier mal so quer rüber fährst. Jetzt guck dir das an, das ist schon ein bisschen Winkel. Klar, man hätte das jetzt noch ein bisschen vorbereiten können, indem man das vielleicht noch ein bisschen höher macht oder ein bisschen länger schräg fährt. Aber das war jetzt auf die Schnelle das, was ich mal gefunden habe. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft mal in irgendeiner Kiesgrube ein bisschen mehr machen können. Ich war ja vor kurzem in einer Kiesgrube mit einem Unimog und einem Mercedes-Benz, einem 4x4 mit Serienallrad. Und die haben Grenzen, weil die haben, glaube ich, nur eine Sperre drin. Und irgendwo, der Unimog hat natürlich alle Sperren der Welt. Der kommt überall durch. Aber das ist schon so ein kleiner Unimog, oder? Und das heißt, man kann auch etwas andere Reifen drauf machen? Ja. BF Gotrich geht? Genau, genau. Es gibt Kunden, die fahren gerne den Grobstölligen, die wirklich viel ins Revier fahren und so. Aber im Prinzip haben wir ja hier ein SUV für jeden. Und das ist jetzt wirklich absolutes Serienzustand. Und das zeigt einfach nur, was in diesem Auto für Potenzial steckt. So, jetzt ist ja hier, die Leute werden dann sagen, naja, ich sage mal, ich fahre da selten hoch. Aber was ist mit Eis und Schnee? Das ist ja oft ein Argument, dass Leute sagen, okay, im Winter, ich bin zum Beispiel, du kennst das in Altsding. Da gibt es viele Kollegen, die brauchen dann im Winter spezielle Autos, weil es sehr steil hoch geht. Genau. Und ich sage mal, jeder hat ja seinen eigenen Bereich, wenn er ein bisschen außerhalb wohnt, wo es halt nicht gleich gestreut ist. Und gerade, wenn es glatt ist, wenn es nasser, battischer Untergrund ist. Und dann wirkt das System ja genauso. Ich habe jetzt hier nochmal in der Extremsituation mal gezeigt, was der wirklich kann. Ist mir klar, dass da nicht jeder hochfährt, ne, auf die Idee kommt. Aber manchmal kommt man in Verlegenheit und dann hat man einfach einen zuverlässigen Allradantrieb, der einen überall hinbringt. Sehr schön. So, komm, wir machen Cut. Du bist von der Firma Auto Sauer, du heißt Sauer, du bist Michael Sauer. Ist das Zufall? Ich bin Michael Sauer schon seit 58 Jahren. Genau, du hast das selbst gegründet, das Unternehmen? Ja, mein Vater hatte vorher eine Tankstelle an der gleichen Stelle, aber ich habe das 1990 übernommen und habe dann, seit 1993 mache ich Subaru und bin absoluter Bekenner dieser Marke. Leute kommen von ganz Deutschland zu dir durch die Videos, weil die irgendwie das Gefühl haben, dass du die Marke doch ein bisschen liebst. Ja, das ist wirklich so. Also wir haben bis Halle an der Saale haben wir Autos verkauft. Jetzt kürze ich nochmal nach Dortmund. Ein Arzt, der hat mich vorher gar nicht gesehen. Und trotzdem, wenn die Menschen dann bei mir sind. Er hat schon ein Video gesehen. Er hat mich, ja klar, aber persönlich nicht gekannt. Und als er dann bei mir war, dann haben wir uns richtig gut unterhalten. Und es war tolle Chemie. Und das gehört einfach für mich zum Autokauf dazu. Ist aber auch jetzt blöd, wenn, ich sag mal, du die Autos verkaufst, die landen dann im Service woanders. Du verdienst ja auch viel Geld mit dem Service. Ja, mit dem Service verdient man natürlich auch sein Geld, aber mir macht es auch Spaß, die Autos zu verkaufen und vor allem die Menschen, die noch keinen Subaru haben, dazu zu bringen, einen zu kaufen. Und ich habe auch von Händlerkollegen schon gehört, die sagen, Sauer, deine Videos, die sind so gut, dadurch habe ich drei Autos verkauft. Ja, toll. Ja, ist toll, aber ist für die Marke gut. Und das ist für mich halt auch ein Zugewinn. Und dann mache ich das gern für die Kollegen mit. Es ist also, wenn ich ab und zu mal mich da entsprechend lustig mache darüber, dass ich sage, das waren mal so ein bisschen so ein Rentner, ich sag mal, Image, den er gehabt hat. Das ist nur was für alte Männer. Das ist großer Käse. Man muss nur mal in die YouTube-Videos nach Amerika gucken, was die mit dem XV mittlerweile machen, dass die da nicht noch, ich sag mal, Ketten drauf machen. Oder ich glaube, es gibt sogar einen mit Ketten. Das weiß ich, habe ich noch nicht gesehen, aber da gibt es auf jeden Fall wesentlich mehr spektakuläre Dinge wie noch bei uns. So, Michael Sauer. 9. April 2021, mitten in dieser Zeit. Trotzdem, wenn Sie Interesse haben, das ist jetzt ein Fahrzeug, wo ich bei den Eigenschaften schon gedacht hätte, der liegt vielleicht bei 50 oder 60. Nein, Sie liegen deutlich unter 40. Brutto inklusive Steuer. Genau. Einstieg beim Trend ist sogar bei 30.500 etwa im Moment mit unseren Aktionen, die im Moment noch laufen bis zum 30.06. Und ich würde mich freuen, wenn ich eine Anfrage bekomme von euch. Und wenn ihr Fragen habt, ihr dürft gerne eine Mail schreiben. Ich beantworte auch technische Fragen sehr gerne und freue mich. Mail ist wie? Info at Subaru-Sauer.de So, ich zeige es mal gerade. Also Auto Sauer, einfach nur googeln. Auto Sauer Saarbrücken. Auto Sauer gibt es wahrscheinlich mehrere. Michael Sauer ist der Name. Oder einfach eingeben Subaru Saarbrücken Sauer. Subaru und Sauer. Weil die Subaru-Sauer.de ist auch unsere Homepage. Von daher findet man es da sicher. Da gibt es auch einen Link zum Kontakt. Ist ja praktisch, oder? Super. Tschüss, danke. Tschüss.